Hallo, hier ist der Martin von meinem Anges, das ist die DAX-Analyse für Nullins 8.19.10.2021 und unser DAX hat sich, ja, als eher vorsichtig bullig gezeigt zum Montag. Also, da ist er am Freitag deutlich potenter rausgegangen. Wir hatten ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man jetzt genau hinschauen muss, ist das jetzt noch verfallstagsgetrieben gewesen, etc. Wie entwickelt sich der Markt jetzt nach dem Verfallstag? Kann er sich über 15.600 halten, kippt er weg und so weiter und so fort. Haben über Ziele unten gesprochen, gesagt, dass hier der Bereich um 4.60, 4.35 dann zum Montag erreicht werden kann, wenn er von Beginn an eben nach unten treibt und gar nicht großartig oben rumfuchtelt, eben nicht weiter hochdrückt und wenn der Bereich dann auch durchlaufen wird, sogar hier der Bereich um 15.2.70 dann eben so interessant wird. Ja, hier die 15.3.50, 3.50 in die 2.70 rein, dass das die interessanteste Rücklaufzone nun überhaupt wird, da das hier relativ gut unterstützt ist und er hat sich jetzt zumindest zum Montag erstmal nach unten geschoben. Ja, hat er gut gemacht, hat er auch die 4.35, 4.16 hier erreicht. Jetzt erstmal eine kleine Gegenreaktion erzeugt, kann deswegen sein, dass er zum Start am Dienstag ein bisschen positiver reinkommt, vielleicht sogar mal probiert nochmal hier 5.50 zu attackieren, aber auch 5.30, 5.20, das würde vollkommen reichen. Dreht er sich dann nochmal um und fällt uns unter 4.60 zurück, würde sich unterhalb von 4.60 dann damit rechnen, dass er nochmal an der 4.15 probiert und das kann sein, dass er am Vormittag auch gar nicht durchkommt. Ja, und dann muss ich einfach zeigen, wie ist der Nachmittag drauf, wie sind die Amerikaner drauf, sind die immer noch knallebullig oder werden die vorsichtiger, ziehen die vielleicht doch mal Gewinner aus den letzten Tagen raus. Dann könnte er, wenn er Nachmittag unter der 4.15 wegbricht, tatsächlich dann auch schon 3.50 und eben diese 2.70 hier erreichen, ja auch zum Dienstag schon. Also von daher ist unser Dax erstmal, hat den kompletten Freitag rausgenommen, auch wenn wir in den Taxi-Shot reingucken, wir sind tiefer geschlossen, als wir am Freitag eröffnet haben, das heißt wir haben jetzt zumindest erstmal diese Freitagskerze ausgekontert, aber eben noch nicht diese ganze Bewegung, die ja wirklich über mehrere Tage hier gut nach oben was geblasen hatte und auch hier, man sieht ja auch schon den ersten Schatten an der Kerze ran, also ein bisschen Gegenwehr war schon da, aber grundsätzlich haben wir nach unten reagiert, also auch von diesem Trend aus jetzt erstmal nach unten gearbeitet und ich würde sagen, arbeitet er da jetzt weiter, bleibt er unter der 5.500 oder 34 von 5.25 oder so zügig wieder runter, hätte er auch aus Tagessicht zumindest jetzt erstmal hier so eine 3.20 dann noch vor der Linse. Von daher sind neue Tiefs zum Dienstag jetzt nicht auszuschließen, würden ganz gut reinpassen, muss halt jetzt diesen Start halt gedreht bekommen, der wird wahrscheinlich positiver werden und sich dann wieder unter 4.60 etablieren und unterhalb von 4.60 ist dann unten schon noch Platz. Nochmal auf die 4.15, gebt ihm da ein bisschen Zeit, wirklich wie gesagt, das kann ein bisschen Nachmittag rein dauern, dass er am Vormittag da vielleicht gar nicht durchkommt und ansonsten sind dann eben 3.50, 2.70 wichtig. Was würde passieren, wenn der DAX sich positiv auskontert, über 5.50 geht, dann würde er wahrscheinlich das Gap schließen bei 5.90 rum hier, 5.95 rum und dann würde er tatsächlich die Situation auch geklärt kriegen, gewissermaßen. Also wenn der hier gravierend über 5.50 abhaut, steht er schnell wieder an der 6.100 und dann macht er da auch nicht große Flachsen halt, da geht er auf die 7.6.70 und dann haben wir auch aus Tagessicht eine Situation, in der er sich einfach bullig dann eindreht und dann halt auch eine gute Welle noch durchdrücken kann. Dann hätte man quasi hier einen ersten Antrieb, kleine Korrektur, nächsten Antrieb, wieder eine kleine Korrektur und dann würde der nächste Antrieb wahrscheinlich schon eher bis in den Bereich reingehen. Das heißt, alles was oberhalb von 5.50 passiert, ist dann ein bisschen mit Vorsicht zu nehmen und eher auf Long-Seite wahrscheinlich sogar attraktiv. Wie gesagt, die 5.50 ist dann Ziel und Widerstand, dann die 6.70, dann die 7.80 für bullige Szenarien, wenn er sich positiv zeigt, zeigt er aber zum Dienstag das, was er zum Montag hier präsentiert hat, würde ich schon mit weiteren Tiefs erstmal rechnen. Also auch aus Tagessicht hat er da jetzt wirklich gut nach unten gedreht und mir wäre jetzt das hier als kleine Korrektur im Verhältnis zu dem halt auch noch ein bisschen zu kurz. Also das würde fast eher passen, wenn er jetzt hier, ich sag mal, eine 4.15 am Vormittag, am Dienstag nur gestanden kriegt und der kriegt dann einfach zum Nachmittag hier die Dose nicht auf und drückt sich dann wieder hoch und geht so in den Mittorf rein mit einem Vormittagstiefs hier unten und dann hochgedreht zum Abend hin Richtung 5.20, 5.50. Dann kann er wahrscheinlich zum Mittwoch gleich früh von der ersten Minute an Long reingehen, dann rennt er hier den Rest noch durch. Also wird er Dienstagnachmittags eigentlich, ist das, was jetzt hier entscheidend wird. Ja, und eben der Start halt auch. 4.60 ist hier, Dreh- und Angelpunkt. Das ist ganz wichtig für den Dienstag nun, da eben das Tor zur 4.15 und Tiefe offen zu halten und die 5.50 ist mir oben noch ganz wichtig, ja. Ja, und von daher, das ist es eigentlich schon, können wir zumachen, gar nicht so lang heute, aber es gibt nicht mehr zu besprechen, das ist alles. Das ist alles. Habt nichts vergessen, das sind die wichtigen Eckpunkte. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Das ist alles. Vielen Dank.